So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Minish Cap. Willkommen in der 50. Folge. Da drüben ist zu. Wir müssen jetzt diese... Buttons hier uns... Ne? Wie funktioniert das, ne? Ach, weil er den trifft. Okay. Ne, dann muss ich mal was anderes probieren. Und zwar muss ich ja da unten... So. Ne. Das klappt nicht so gut. Weil... Ne, eh. Ich mach' nicht was. Ne, das war scheiße. Äh... Huuu, das wird ja ein... ein Akt hier. Hm. So. So. Und so. 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 So's. So. So. Foam. Wow. undo. Da oben! Oh mein Schlüssel. Ah, und wo klinge die Schlüssel her? Hier? Ja nun? Kamera. Und ein Schlüssel, okay. Ähm, ja, das war jetzt... ...ein bisschen komisch. So, greifen Mantel bitte zu mir. Fliegen wir mal hier rüber und... ...schließen jetzt diese komische Tür hier. So. So. Und auch geschlossen und hinein in die Tür. Und es geht wieder munter... ...die Wölkchen hier hinauf. So. Fein gemacht, mein kleiner Digge. Guck mal was mit diesen... ...komischen. Ah, da hab ich noch verdickelt. Super. Boah. Darf ich hier wieder hoch springen? Ja, klasse. ... ... ... Mann, wieso springe ich denn jetzt hinterher? Du scheiß Penner von Link. Mann. Ich bin wieder voll, obwohl ich selber schuld bin. Weil ich nicht aufgepasst hab. So. Fiss dich. Ich hab dir mich sauer gemacht. Und wenn ich sauer bin... ...fick dir richtig einen auf den Maul. Und warum gibt's hier keine Energie, verdammte Scheiße? Ich bin fast tot. Wie kann denn das sein? Jetzt brauch ich Energie. Ich hoffe, dass es gut bleibt. Oh, wundervoll. So. 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 Oh, um. hallo tja ich bin gleich tot jetzt muss ich erstmal das blaue Elixir nehmen wow das war jetzt echt bitter irgendwie man schafft es irgendwann mal man wieso habe ich denn jetzt den scheiß bonorang krass gleich aus ich brauche einfach mehr pause hier so drüben angekommen sauer bin ich auch so das geschafft ist er denn da auf seiner hässlichen scheiß wolke und schickt erstmal so da hastet ihr habt du penner so einfach ab hier ihr könnt euch alle mal schön am nippel tupen was war denn das schon wieder da warum springt er denn nicht in die richtung ab so jetzt sollte er die ganze Zeit auch machen da ist ein Herzteil das will ich haben hollo kann ich denn jetzt hier nicht rechts runter Ah, ich schlissen konnte nicht mehr schlafen. Ich kann mich gar nicht hin. Ich kann mich auch nicht hin. Ah, mein Laune ist am Boden. Tut mir leid, Leute. Ja, aber er macht echt viel Spaß. Ich spiele Skoda, ne? Aber wenn ich hier auch wieder keine in den Wuppen bin, soll ich mich einfach nur aufregen. Hier ist auch nichts drin. Ich soll eine scheiß Rubine. Ich brauche keine Rubine. Oh, jetzt können wir auch ohne Plan hier mal schön speichern. So, dann machen wir einen Schlüssel. Schlüssel habe ich nicht. Im Grunde sind wir auch noch. Oh, das war wunderbar. Jetzt muss ich euch jetzt töten, oder was? Ich glaube, ich werde sterben. Nur mal eins. Ach, diese alte Biene. Ich bin echt am Ende. Ich habe keine Energie mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, ich habe echt keine Energie mehr. Das gibt es nicht. Hm. Von dir kriege ich eine... Eine Fee. Ja, jawoll. Immerhin. in der Zul. Ich töte ihn. Ich höre. Wir haben keine Energie. Ihr seht alles nicht mehr. Jetzt kriegst du ihn. Ja, super. So, wieder hinfliegen. Wieso ist denn hier nirgends Energie drin? Kommt denn dieses eine Ding eigentlich zurück? Jawohl, ich kann mich aufladen. Oder auch nicht. So. Komm ich nochmal hin und zurück und dann kann ich mich komplett aufladen. Danke dir. So, und noch einmal und dann bin ich erstmal bedient für den Tag hier. So. Und das in der 50. Folge. Da muss ich natürlich wieder auspassen. Das ist natürlich toll. Überhaupt nicht toll ist das. Wieso mache ich denn das eigentlich alles kaputt? Könnte doch so schön... Einen hier einfach mal rausstellen, richtig? So. Und wenn ich jetzt den... ...den und den nehme... ...kriege die Tür auf. Super. ...wunderbar. Und hier ist ein Herz mal drin. Wahnsinn. So, hier ist wieder Wind. Müssen wir erstmal speichern. Wind anstellen. Und schön, dass ich erstmal den Greifen nachdem nicht ausdrücke. Upsala. So. Und schön eine voran. Klasse. Oh, klasse. Komm schon. Komm schon. Ich mach dich fertig. Ups. Oh, Mann. Was für eine Scheiße hier. Und jetzt kommen wir gleich rüber. Wieder hier. Und da ist deine Kiste. Und da ist deine große Kiste. Und da ist deine große Kiste. Kleine Flüsse halt. Mal gut. Komm mal hier. Ach, Mann. Geht man hier noch rein. Mal schnell. Mit dem Bumerang. Hinein in diese Tür. Und dann den große Schlüssel. Jawohl. So. Mit dem großen Schlüssel in der Hand. Oh. Ich bin noch... Ich werd mal schnell noch. Ich hab nämlich die Idee. Ich werd mir meine Flaschen nehmen. Und... Ich wollte die fangen. Warum kann ich die nicht fangen? Ich probier's nochmal. Kann ich mir die denn fangen? Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Speichern. Dann bin ich wieder voll aufgeladen. Hab auch noch eine Option. Puh. Das ist echt nah am Abgrund gewesen gerade. Eieieiei. Eieiei. Hier geht es hinein. Es wird bestimmt ein müstiger Boss. Bin ich mir absolut sicher. Und bevor ich mich hier runter stürze und... Ich wiederhole mich möglicherweise. Aber leider ein bisschen Höhenangst. Andererseits da unten stürzt sie genau von der Nase. Wagen wir es dennoch? Ja, wir wagen es. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich... Tschau.